Servus, Mosche. Na, wie geht's euch heute früh? Also ich bin langsam ein bisschen mitgenommen, deswegen habe ich eure Brille auf. Die ganze Faschingsfäde und Sitzungen, es wird geschungelt, es wird getanzt, ein bisschen auf den Tisch rumgehöbt, hier und da ein gespritzter Äppelwoi oder sogar ein Bämpelchen und ein Schöpfchen, mal ein Kleines zwischendurch. Oh, 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 da kommt mir nur sehr schwer in die Wochen hin. Na ja, und die Faschings-Tage, den Rosenmontag und so, das kommt ja alles erst noch. Für den Kopf, ehrlich, da sind die Schöpfchen und die Bämlchen nicht so gut, die sind echt hart. Na ja, was soll's, muss ja weitergehen. Aber was ihr euch fragen wollt, habt ihr schon mal den Bachelor gesehen im Fernsehen? Kerle, Kerle, wie der mit seiner Rose vor der Frau herumfuchtelt. Wir haben uns früher in der Disco kennengelernt. Ja, da gab's Karos und es hat auch geklappt. Also, Sachen gibt's im Fernsehen, es wird immer schlimmer. Na ja, jetzt haben wir auch noch Montag, ist auch schlimm genug. Vielleicht geht's dem einen oder anderen so wie mir heute. Dann kannst du nur sagen, Kopf hoch, wir kommen da dorst, am Montag geht auch rum, trinkt ein, zwei Tippschen Kaffee, kommt ein bisschen besser auf die Fies, das erste Mal. Und na ja, für die Woche geb ich euch wieder einen kleinen mit, einen kleinen Witz. An die Kinokasse, jung Pärchen. Er sagt zum Karteverkäufer, zwei Kinokarten bitte. Der an der Kasse, für den Hobbit, sechste Typ, der ist eigentlich meine Freundin. Also, meine Lieben, schöne Woche noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschö. Tschö. Tschö.